Hallo meine lieben Freunde! Willkommen zurück zur nächsten Folge von OneTown! Ich werde mir ein bisschen Mikro nerzen. Vielleicht hört mich dann besser. Dieses Mal nehme ich wieder nicht alleine auf, sondern mit Supertomate! Hi! Hallo! So, und auch für die Zuschauer von Supertomate, ich bin die Blue Jenny! Hi! Ich glaube, die kenne ich schon. Trotzdem, erfinde ich das nochmal. So, was habe ich denn in letzter Folge gemacht? Es wird dunkel übrigens. Ich habe kein Bett. Ah, hier ist... hast du kein Bett? Ja, dann... Hast du irgendwie drei Wolle oder so? Dann kann ich mir ein Bett machen. Bestimmt habe ich irgendwo Wolle. Weißt du noch nicht mal, wo dein Haus ist? Das ist keine Wolle. Das hier ist das Haus von der Luckelbande. Richtig, ich glaube, die hast du bis jetzt... Ja, ich habe Wolle. Eins, zwei, drei, vier... Äh, so rum. So, ich bin jetzt da, wo der Vulkan ist. Wo ist dein Haus? Also, ich bin ja am Sporn. Schräg gegenüber. Gegenüber? Gut. Schräg gegenüber, ja. Da ist das Neta-Portal. Äh, andere Richtung. Also, das heißt... Ach, ich komme einfach mal raus. Aber ich glaube, ich habe es schon gefunden. Ist es gegenüber von Blue Cube? Ja, genau, gegenüber. Genau. Ah, du läufst gerade einmal vorbei. Hier? Ja. Ich bin hier. Da musst du über die... du musst schon über die Tür rein. Ey, im Riegel steht ja. Man darf ja nicht... Ja. Aber ich erlaubte es dir jetzt. So. Okay. Ah. Komm rein. Nein. So. Okay. Ich muss kurz Holz holen. Oh. Das ist groß. Das Kissenlager. Ja. Ist ein bisschen. So, ähm. Ich habe noch vier TNT einstecken. Oh Gott. So. Zack. Kannst leider nicht sehen, was ich da baue. Halt ich auch gar nicht vor. Das weiß ich. Ja. Kein Bett. Danke. Ich reportiere mich. Mal schnell nach Hause. Ja, genau. Äh. Okay, jetzt mal. Jetzt bist du weg. So, stell es mal auf und ich bin oben und ich will dann... Na? Gehst du hoch, Jenny? So. Oh, mein Hintergrund läuft übrigens. Happy Birthday, ähm. Von PND Productions. So. Äh. Warst du schon im Bett? Ja. Okay. Das ging nämlich schnell und das hat mich gerade gewundert. Äh. Genau. Das ist bei unten mein Lager. Ich wollte es nämlich alles umstellen irgendwie. Wo ist jetzt eigentlich... Ich habe ja noch... Ja? Wo ist eigentlich da die Höhle, die du meintest? Ah. Genau. Er hat mich nämlich aufgeschrieben, also wo wir alleine waren jetzt. Er hat mich gefragt, ob hier irgendwo eine Höhle ist, wo er... rein kann. Und ich habe gesagt, ja, da wäre eine in der Nähe. Ähm. Komm mal bitte zu mir. Ja, ich komm gerade. Ja, ich leere da mal alles raus, was ich nicht brauche. Unten, äh, tun. Bin eh erst mal wieder ein Apfel, ne? Bin ja sportlich und gesund. Wir leben aber noch sportlich und gesund, da hast du recht. Oh, 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 oh. Das war. Tropenholz. Tropenholz, genau. Der fände durch die Tür, ne? Nö, 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 nö. Ja, ja, du kannst ruhig rein. Ja. Ich hab' ein paar Möhrchen, äh... abpflanzen, Ding, Bums. Pflanz, lieber, die Kartoffeln absetz' sie nochmal hin, sonst... brate sie mache ich ja packe sie kannst bei mir noch vor eingehen habe nämlich fast nichts mehr zu essen ach so okay das war giftig zwei giftige lecker so dass ich auch mal da war es einfach jugend ich weiß jetzt vergiftung was doch zwei kartoffeln gerade einstecken da pflanzt jemand hier erwarte ich pflanze noch ganz kurz ihr muss auch noch wieder hin hinter dir und und hier zwei oder die bringen nicht so viel essen kommen rein und mach hier erst immer nur 20 kohle hier kohle müsste ich muss habe sie alle unten ins lager eingeschmissen oder ja ab alles im dünnslager ja stirb ruhig wo anderthalb herzen jetzt bin ich tot kohle kohle ich kann dir nachhelfen nein bitte nicht ein nettes haus dank dir so dass wir hier an hier ist das gold mit hundis ja ich hab hundis ganz viele sogar tnt durch wo ist denn hier dann die höhle dann komme ich nämlich gleich wieder für die kartoffeln dass die hier wo die lava drin ist nein 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 das ist meine ach so das ist dann ich erkläre dir eine andere ich habe noch was im winter für dich ja ich bin ich bin einfach nur hier über den zogen sprung aber dann kann man das weg das weg tausend nachrichten überwarten was war es okay kommt jetzt wo soll ich nach mit und ich meine zu ja damit so ein bisschen schutz hast zumindest etwas ja danke bitte eine frage wer hat hier eigentlich aus dem dingens verzauberungstisch da einen verzauberungstisch komm jetzt wir gehen zu blut hier kommst du mit okay ja ich weiß wo blut haus ist auf hinten ich brauche diamanten wo sind meine diamanten wo sind meine diamanten meine sachen gehen kaputt muss unbedingt diamanten fahren gehen dass meine diamanten ich glaube er hat auch ein ambush oder müsste ein ambush da haben was machst du ja schon mal ein paar rufen ach so damit ich nicht sofort nach fünf minuten aus der höhle raus muss deswegen ach so also blue kippler lässt mich immer hier aber ich muss schauen wie lange ich schon aufnehmen wir nehmen schon sieben minuten auf ach du hast einen timer wahrscheinlich oder ne mein aufnahmeprogramm zeigt mir da oben links wo die fps stehen ah ich muss bloß an sein ambush und wo hat er sein ambush hin ich habe jetzt einfach mal jolo gemacht ich habe einfach mal eine stellenspitze auf dem verzauber wo hat er sein ambush er hat zu mir gesagt er kann können den ambush verwenden oh da geht es runter ja aber ich würde sie nicht empfehlen weil er hat ab und zu hier fallen eingebaut ernsthaft nie reingegangen werkzeug da ist ein ambush ach ernsthaft blue ernsthaft ich hoffe nur grad dass er meine folgen nicht anschaut und fragt nicht was ich mache fragt nicht was machst du nix ok als viel wenn man nichts macht das ist ja nicht richtig ist ja nicht richtig wirst du mich verarschen schutz auch ein schutz eins so nochmal schnell nach haus ach genau holz holz kosten fünf scheiße ich kann nicht mehr hast du noch fünf level ich habe keinen level hättest du mir am besten vorher gesagt ich hatte nämlich sieben level aber wenn es nur in der höhle kohle gibt ich brauche sowieso kohle habe ich ja danach vielleicht wieder auf dem level ja ich habe ich will nur kurz meine rüstung repariert da ich nicht wo bist du ich komme gerade wieder zu deinem haus und das ist ja lol ein haus auf ne ein haus auf einem baumstamm richtig keine ahnung er hat kein schild hin so jetzt werde ich meine diamanten ablegen und dann können wir in die höhle gehen höhle ey wir bloß nicht meine diamanten mitschleppen immer wieder gerne wie lange nehmen wir jetzt auf wie lange willst du übrigens aufnehmen ich maximal 20 minuten aber nicht länger ich will gerne nur 15 minuten aufnehmen weil dann brauche ich nur 17 minuten zu brennen oder so ok ich sag ungefähr bescheid wir sind jetzt bei 10 minuten ist ok so wo bist du oh ich will schon zombies da bist du also ähm bleib draußen wir gehen ach ach genau die kartoffeln oh fällt mir grad ein weil ich grad hunger kriege da ist keine kohle mehr drin echt ich hab mich fast einstecken hier na ach komm so los geht's okay genau dahinter ich finde einmal das haus hier von timo einfach episch gemacht ich finde es einfach cool ja ich finde es auch cool wie du siehst hier sind bilden sich langsam so hüllen siehst du es ja bei mir in der richtung gar nichts ja die meinte ich siehst du da unten wo es schwarz ist warte ich mache ein paar fackeln nicht zu mir ich habe auch fackeln dabei ja ich habe kohle und holster bis er ernsthaft runtergesprungen hat so viele zombies sollte ich retten und geht schon johle bilder soll den shader ist es mit dem shader bringt das hier ganz ganz wenig da ist jetzt jetzt ist besser muss ein bisschen mehr ausleuchten kann das sein dass da oben ist sowieso ist weil ich jetzt ständig 10 zombies rauskommen wo denn er keine ahnung hier oder so um schlade haben auch mal vermutet dass hier einiges sind aber von da kommen immer nicht von da aber von da hinten ja ich versuche ich will das hier dicht machen noch nicht mehr steile ich habe einfach gar nichts einstecken so hier hoch die ok 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 hier ist kohle wenn du dich abbauen willst aber wie viel ist das ist das viel egal einfach kohle ich hab gut haben wollen wir eine richtung zusammen gehen weil ja ja auch hier runter ja weil da war ja keiner da ist schon was das ist schon eine spinne spinne ernsthaft ich bin runtergeschubst und da sind erst mal zweig blieb ja die machen nix oh sorry ja stimmt aber jetzt schaden so erstmal ja erstmal kohle ja ich hab jetzt auch schon direkt wieder zwei level drei level sehr geil gleich für deine hülschen oder was du auch besser machen schon mal wie ein sponster ich hab auch drei level hier ist was ist das denn ach so ein creeper hier ist übrigens eisen nimmst du mal mit ich kümmere mich um den creeper hier ich kümmere mich schon nimmst du das eisen da oben kannst du jetzt nicht mehr ok endlich eisen oha mein goh und wie ist denn noch für 35 wir könnten noch tiefer gehen ja vielleicht kommen wir auch nochmal auf die ebene ich hab jetzt noch keine eisenspitzhacke aber aber auf jeden fall ich hab diamantenspitzhacken dabei ja gut ist auch mit glück und ist noch mehr eisen ne leider nur mit effizienz aber immerhin spitzhacken ja ja ach du bist da hinten ich bin hier vorne ja ähm weil ich den zombie runter geschubst hab wie lange nehmen wir auf wir nehmen jetzt 14 minuten und 20 sekunden ok dann würde ich sagen dass wir kurz hier wir gerne ein stückchen nach hinten hier hin wir können auch hier eine aufnahmepause kurz machen und wir sehen uns dann in der nächsten folge kommt irgendwas auf das zu nö dann würde ich sagen bis dahin meine lieben freunde ciao danke fürs tschau 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 tschau